... ... ... Ja, das ist halt eine Weizung der Feinsachstüte und die Fondsachstüte, der hat uns total gesorgt. Wir haben mit den Beruhigungsstudien geheimdekommen. Die Vorurteilung von den Beruhigungsstudien. Ich habe den Beruhigungsstudien eingebrochen. Er hat dann die Beruhigungsstudien, die man muss auf dem Sportbauer arbeiten, habe da ein Block abgeschrieben, als man die Prozessaufgasse heißt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das ist die Polizei. Ja, ja.